Musik Egal was ist, immer weiter, immer weiter hat Olli Kahn gesagt, genau diese Losung gilt auch für euch. Wir werden wieder gewinnen, wir glauben an euch, morgen gibt es den nächsten Sieg. Ja, wir wissen aktuell, dass diese Situation nicht so prickelnd ist, daheim, so wie auswärts. Morgen steht ein wichtiges Heimspiel bevor gegen Göttingen. Wir müssen versuchen, dort wieder alles zu geben, die Fans, deswegen sind wir da, die Bayreuth-Bads. Und ja, da müssen wir einfach frischen Wind tanken und dann geht es ab in die Auswärts-Serie. Und dort geben wir auch alles und werden immer hinter euch stehen. Ich bin schon jahrelang Basketballfan in Bayreuth, musste leider vor fünf Jahren nach Lindau am Bodensee ziehen. Aber als fester Fan, als starker Fan, komme ich immer wieder nach Bayreuth. Und ich hoffe und hoffe, das muss so sein, dass morgen der Sieg endlich immer wieder da ist, bevor das überhaupt nichts mehr passiert. Ja, also in jeder Beziehung gibt es Höhen und Tiefen und im Moment erleben wir ein Tief. Aber wir sind die treuesten Fans und wir glauben an euch, dass ihr auch wieder ein ganz langes Hoch reinkriegt. Und das packt ihr schon. Ich bin seit vielen Jahren treuer Basketballfan von eurer Mannschaft, gehe gerne zu euren Spielen. Jetzt momentan ist es gerade eine wenige Auswärtskrise, wie man so sagt. Aber daheim seid ihr stark und wir glauben an euch und wir stehen voll hinter euch im Namen der Bayreuth-Bads. Ich weiß, die Situation war zurzeit scheiße, aber gemeinsam packen wir das. Go fight, go win. Die Situation gerade ist echt kacke. Und auf jeden Fall werde ich immer hinter euch stehen, weil ihr seid meine Mannschaft, ihr seid meine Leidenschaft. Und egal, ob ich Basketball zuschaue oder mitspiele, ich fiel mir immer mit. Und morgen holen wir uns den nächsten Sieg gegen Göttingen. Wir gehen bei der Käptung und siegen! Kulfer! 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 Untertitelung des ZDF, 2020